Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Raft hier bei MikeFarzerTV. Ja, heute mit dabei sind der Mike und der Benni. Hi. Gut, und ab an die Arbeit. Tatsache. Also, wo kommt dieses neue Teil hin? Hier, guck, hier kommt der neue Treppenaufgang und du siehst ja da oben, dass da die Pflanzen sind, gell? Ja. Die werden dann abgerissen und hier wird dann so ein Treppenaufgang gemacht. Also hier kommt ein neues Treppenhaus hin. Genau. Genau. So ist der Plan. Und gut für uns wäre dann halt praktisch, wenn du die Küche um eins erweitert oder um zwei und dass wir dann da ganz viele Sachen anbauen können, you know? Ich sagte ja gerade Bescheid, ab wann. Und wenn du nichts zu tun hast, kannst du gerne angehen, weil die Fische sehen nicht so langsam aus. Hm. So, also wir brauchen definitiv noch irgendwie nach ein geordnetes Lager. Wir müssen irgendwie zum dritten Mal anfangen, irgendwie Lager zu ordnen. Also, mein Küchenlager ist geordnet. Das ist doch da. Warum? Warum nicht. Weil ich hier jetzt den Treppenaufgang hinbauen will. Wir brauchen ein, 4 mal 4. Wir wollen das wieder mit Leitern machen. Nein. Mit diesen großen Treppen wird er nicht zu sehen, dass wir auch da lassen können. Hm. Na, an sich eigentlich schon stimmt, ja. Ja. Ich weiß nicht, wie es am besten machen. Äh, Leiter, sag. Ohne Leiter, keine Leiter. Ich brauche Planken und Nägel. Ich brauche nur Nägel. Ach du Kacker. Was denn? Dieser Früchtetopf bringt so viel Essen und Trinken, dass deine Essensleiste einfach größer wird. Ich weiß. Das ist geil. Äh, kann mir jemand Planken geben? Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Drop mal Planken. Oh, platziert. Wo kommst du denn hin? Oh, Fisch ist denn wieder da sehr gut. Davor erst mal und dann packen wir hier quasi darüber die nächsten und dann wieder. Das war falsch. Ja, du kannst auch aufstehen lassen. Dann können wir hier nicht. Also ja, das weiß ich, was du meinst. Das ist halt die Wand dazwischen. Ich fliege die Wand mal in. Hä? Da geht doch. So. Gut, hier hoch. Und dann kommt hier. Hier die nächste quasi. Ja, warte, ich stelle ihn Pfeiler hin. Und hier, weil ich stelle ihn an der Wand hin. Wollen wir da Treppenhaus mit nur noch mal Holzwänden machen? Ich brauche Planken, ja. Ich brauche schon Planken. Hast du Planken gerade über? Äh, weil die haben wir irgendwo bestimmt viele Planken, oder? Wollen wir mal schlafen gehen? Äh, stimmt, wir gehen alle erst mal schlafen. Moment, die Küche muss noch gemacht werden. Warte, ich gucke mal hier kurz alles nach. Hier war der, äh, ich gehe mal kurz. Hi. Hi, Fisch. Hi, Fisch? Ach, hi. Hi, du bist ein Fisch. Gut schlafen. Okay, äh, heute Problem haben wir doch nicht. Wo war, wo ist? Um in der Küche. Wie viel? Äh, paar hundert. Oh, geil. Ja, ich habe mir das gewohnt, weil meine ganzen Urchen das alle killen. Gut, äh, einmal hinlegen, Mike. Jo, ich tue gerade noch kurz Urchen auffüllen. Da geht halt, da gehen halt zwei Stacks weg, wenn ich jetzt die, äh, Öfen neu mache. Ja, wir haben schon eine große Küche. Komm, jetzt leg die hin. Ja, ich muss zum letzten Open machen, ich habe kein Holz mehr. Boah. Jetzt komme ich. Gut. Ich habe mir gerade mal viel, die Holz mitgenommen, ne? Ah, jo. Ich brauche halt bloß genug, wenn wir nicht gehen die Öfen nicht mehr. Oh, okay. So, äh, und wir bauen jetzt das Treppenhaus weiter. Wir springen dafür hier, äh, hier, weil ich so. So, und, äh, wollen wir jetzt eigentlich noch auf die Insel, wenn wir nicht, können wir ja weiterfahren eigentlich. Ich fange hier mal an, die Wände zu bauen, ne? Hm. Äh, ist auf der Insel noch was? Warte, wo ist die Insel? Ach, da. Ach, da ist die riesig. Ja. Du könntest dann gleich an... Warte, ich auch von ganz oben? Ja. Alter, ich tauch mal ein bisschen. Macht halt. Oder habt ihr das schon? Nope. So. Das könnte auch gut gehen, äh. Dann... So, oder haben wir das da? Äh, oh, ich muss irgendwas bringen, äh. Wollen wir es da? So. Äh, bei, du wirst jetzt auch, ne? Ja, aber ihr habt größten Zeit schon alles abgekriegt, ihr gibt's nicht mehr. Wow. Und der heißt unter mir, und ich hab das Brot nicht mehr. Tja. Ah, da ist es. Also, wir haben noch 14 Schüsseln, nach, danach sind Schüsseln weg. Aber wir brauchen halt hohen. Äh, ich kann auch 4 Schüsseln machen. Was ich auch nicht check, warum schmeißt ihr die Schüssel dann auch weg irgendwann? Äh, wir essen die mit auch. Wir schmeißen die nicht weg, du kriegst die bloß nicht wieder beim Essen. Wenn du mit der Schüssel isst, kriegst du nichts wieder. Hm. Gut, also. Ähm. Wir können ablegen. Meinst du? Ja. Oder braucht du in der Insel noch irgendwas? Also, wir brauchen eigentlich 4 Stockwerke, ne? Ja, dann müssen wir hier halt noch was hinbauen. Ähm. Gut, das. So, komm. Gut, ich lege ihn ab. Gut, ich lege ihn ab. Warte, wollen wir die Küche nicht um ein paar Grosse? Wir werden die Küche einfach hier über die Dings rüberziehen, über die Palme rüberziehen. Warte, bist du da was dran? Nein, gut. Dann können wir ja hinten den Eingang für die Küche machen. Was hat Maus, ne? Äh, aber warte, Heiko, wir brauchen gerade Blödsinn. Warum? Ne, warum wir doch nicht vergessen. Leute, ähm. Genau, so machen wir's. Genau, über den Palmen hier. Und dann mit hier der Küchenaufwand quasi. Hier kommt die Treppe für ganz oben hin. So, die Treppe. Hast du noch eben zwei Planken? Ab wann würde ich mir noch direkt in der Küche hier noch Planken? Maik hat bestätigte Planken mehr. Ja, okay, ich möchte anmerken, wenn ich keine Planken mehr hab, dann gibt's noch nix mehr zum Fressen. Warte, wollen wir die Palme umlegen? Äh, nur mal kurz eine allgemeine Frage. Oh, oder? Ich hab jetzt hier euer schönes Treppenhaus gebaut. Ja. Aber wollten wir nicht da, genau da, wo das Treppenhaus jetzt ist, nicht meinen, äh, den Dingsy erweitern? Nein. Wo wolltest du das dann erweitern? Woanders. Und wo, woanders da? Ich geh noch nicht fest. Ja, weil ich wär dann jetzt zu weit geh, also ich hab jetzt das abgeerntet und... Ähm, das hier, so wie das Treppenhaus jetzt quasi. Du wartet jetzt eigentlich nur darauf, dass du das dann aberntest, äh, umstellst praktisch und ein bisschen weiterbaust, weil... Also, wir haben hier unser Treppenhaus jetzt, unser wunderschönes Treppenhaus, ne? Kompletten Holzverkleidung. Können wir die Palmen umlegen? Weil ich kann hier schon wieder nichts platzieren. Heiko, ich glaube, man kann hier auf dem Palmen nichts platzieren. Ja, das liegt damit daran, dass wir dafür einen Pfeiler bräuchten dann. Aber du kriegst in der Mitte keinen Pfeiler, ne? Ja, ich platzieren die Palmen dann ein bisschen anders. Haben wir abgelegt, ja, ne? Ja, die Palmen schon wieder. Wo ist der Treppeingang? Finde ihn. Hier in der Tür. Genau, da. Ah, hier in der Tür. Hier, Leute, ich hab' nicht gesehen. Wir lassen so ein Treppier und wie soll ich in meine Kücherei kommen? Da, wo Benni, der Kopfkollektion. Die Tür zu seinem Wunderhauten existierte nicht. Warte. Wir sind ja noch mit einem Bau. Jetzt, chill, 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 da habe ich noch die ganzen, jetzt hast du die ganzen... Was, will wem, aber? Was? Die Anpflanzdinger. Oh, na gut. Ist ja jetzt halt zu hoch. Egal, ich entferne die dann schon mal, gell? Nägel brauche ich, zack. Ähm. So. Da hast du eine Tür ins Treppenhaus. Zack. Damit ist dein Küchen wieder vollständig. Du kannst jetzt quasi... So, wie sieht es jetzt aus, könnten wir jetzt eigentlich einfach hier, genau, dann hier, dieses großes Anpflanzding machen. Hier könnten wir es machen. Dann machen wir hier so einen getrennten Raum. Dann kommt hier jetzt noch so eine Trennwand rein. Ja, praktisch nicht so eine Wand, sondern so eine Wand mit so einem Fenster drin, weißt du, aber da kann man unten die Pflanzendinger dranhängen und man hat halt einen schönen Überblick über den kompletten Raum. Okay. Und dann machen wir einfach hier so eine Wand rein. Bum, 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 bum. Und dann halt Dings hier machen kann. Äh, doppelte. Äh, ja, weil ich mal, ihr mal essen. Essens genug da. Äh, hier mal mit ein paar Sofen mit, ne? Oh, ja. So, zwei. Dann kommt hier jetzt eine Tür rein. Wo Nägel, ey, gibt es so nicht schon wieder? So, das wird der, der Teil. Wenn ich im Weg stehe, sagst du Bescheid, gell? Ja, schließt nicht im Weg. Ach, guck mal, hier kannst du dann dein Ding anbauen. Ne? Hm. So. Du kannst wohl schon so ein bisschen platzieren, wo du die Videos auch aufbauen willst. Du brauchst erstmal fertig und dann platziert am Ende, bevor ich jetzt irgendwo platziert, wo du vielleicht noch was anderes geplant hast. Ich hab' neun Nägel. Ja, platziert am Ende. Ich bin unten in der Küste, ich trage dir unten in die Küste, zehn Nägel hab' ich. Unten in der Küste, neben den, äh, Dingens. Hm. Auch übrigens, Benedikt, ich hab' hier ein bisschen was für dich. Ich hab' eigentlich keinen Schrott mehr. Hey, es sind grad zwei, äh, Fässer in die Dings hier reingelaufen. Ja, ich sammel' gerade. Oh, Benedikt, wo bist du? Oben. Wie oben? Da, wo du grad' runtergesprungen bist. Wow. Oh, das war einfach wirklich zu hoch. Aber ich würd' sagen, wie, oh. Hier, warte, ich hab' hier ein bisschen was für dich. Komm, er, komm' mir bitte irgendwie einher, nachdem man einen Inventarplatz hat. Ja, wo bist du? Hinten, also bei unserem alten Trappenhaus, wenn du durch die Tür gehst. Sammel' mal bitte alles hier auf. Ja, platz' ich immer gerne. Dann sammel' mal alles hier auf. Inventar's voll dafür. Oh, dich brauch' was zu trinken. Äh, ich würd' das alte Treppenhaus jetzt gerne abreißen. Mach. Soll' ich dann mal so'n Platz fürs Lager konzipitieren? Konzipitieren? Ich würd' sagen, wir könnten hier das Lager eigentlich machen, da wo ein alter Treppenhaus sitzt. Eigentlich schon, ja. Ja, klar, fang' unten an abzureißen, Benni. Leicht. So, genau, da... Mach's nochmal was rein. Äh, Heiko, wie sieht's jetzt eigentlich mit der Anbau-Plantage aus? Ja, komm' ich hier noch rein. Ist die fertig oder noch nicht? Äh, mein Teil eigentlich fertig, aber... Weil hier könnten auch Wände und hier könnten auch Zwischenwände rein, wo man alles anbauen könnte. Mein' ich ja nur. Äh, das kann man auch alles machen. Vielleicht hier, warte. So, hier, keine Ahnung, äh, hier, so. So, kleine Zwischenwände hier rein, immer. Ja, du kannst, also, das ist dein Raum, den kannst du gestalten, wie du möchtest. Okay. Okay. Ähm... Ah, nee, wartet, wir hatten doch schon einen Lagerplatz. Wo denn? Hier, wo ich grad bin. Altgeschoss. Nooo! Hatte ich doch letztes Mal, als ich dabei war, gebaut. Zwei Fässer hinten. Kommst du, Heiko, hier. Hatte ich doch extra letztes Mal gebaut. Ja, hier können, hier hatten, hier hat es sehr gebraucht, ja. Gut, genau, in Bonn, hier noch Lager. Äh, und Heiko, könntest du mir bitte einen neuen Sperr machen? Ich hab' keins mehr. Ja, ich hab' kein, ich kann, kann ich nicht. Was fehlt? Hm. Ich muss eben bisschen von einem, den wir hinsetzen. Du mir sagst, was fehlt, ich kann nicht versuchen. Ich hab' dir zu helfen. Hat jemand noch blanken? Meine Planken sind leer. Komm nach hinten. Alben da. Eins, danke. Äh, heißen müssen jetzt auch hier im Bissen, ja. Hier im Bissen in Markisten platzieren, ne? Trotz Seil von ihren Planken. Ich steuere mal zur... Äh, lass nur eine Kiste da, dass eine Kiste bauen, äh, die platzieren wieder und dann, äh, packen wir immer von Kiste zu Kiste hier unten rein. Was wir quasi, äh, nur nicht zu viele brauchen, weil wir haben ja oben genug Kisten eigentlich rumstehen. Also, weil ich meine neue Treppenhausen, um nicht irgendwo hinzukommen. In 1400 Metern sind wir wieder beim nächsten Teil. Okay. Hm. Ich hab' mal mal ein bisschen, ich hab' grad nichts zu tun. Ja. Ähm, ich guck mal kurz... Guck mal, geht das vielleicht doch dumm, was ich gemacht hab? Wieso? Oder ich muss, ich muss gucken. Ja, es war dumm. Ja, moin. Erstmal wieder abreißen. Wow. Aber wir müssen ja, äh, Benni, du komm mal sehen, lagern, ne? Ja, aber ich brauche dafür brauchen wir erstmal das Material, deshalb. Ja, da schaue ich jetzt erstmal grad rum. Deswegen... Oh, das war doch nicht dumm. Ich war dumm. So. Metall läuft ja. Äh, du brauchst scharnieren, ne? Auch viel, sehr viel. Ja, was denn? Sag mal, oh, ich mach' die Leute die verdienten Küsten. Ja, das wär' glaub' ich sinnvoller. Gut, dann mach' ich dir die verdienten Küsten, da. Sag' du, woher voraus? Ich hab' kein Trott. Also, wenn ihr mir Schrott bringen könnt, kann ich auch, kann ich auch machen. Ich hab' acht Scharniere, Alter. Wie gesagt, ne? Wollen wir schlafen? Äh, ja. Ich brauch' Schrott, damit ich irgendeine Küste bauen kann. Weil ich liege. Ihr habt den Anker zugebracht. Passt. Aber, die Folge geht's auch vorbei, ne? Ey, das war mein Bett. So, das heißt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like und auch ein Abo da, falls ihr euch getan habt. Und sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Und bis dahin sagen wir jetzt schon tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.